Moin, Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Montag der 1. Juli, ich habe Feierabend, bin wieder in Märklinik. Ich möchte euch mal wieder ein kleines Update geben von der Brücke der A1 Seite Leverkusen. Ja, hier geht es ganz schön ab. Die Kollegen machen immer am 16. Feierabend, deswegen ist gerade ruhig. Ja, schauen wir mal was ich euch für Impression machen kann. Kurz und knackig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Update der Leverkusener Brücke. Übrigens leckere Äpfel. Ja, Pferde müssen auch mal äppeln. Ich finde das schön hier in Märklinik. Einen richtig schönen Pferdhof gibt es hier. Ist schon richtig schön. Richtige Natur. Dort seht ihr das blaue Schild. Das bedeutet hier ist Pferdeweg. Aber darum soll es hier und heute jetzt nicht gehen. Also Abfahrt mit dem Update der Brücke der A1. Abfahrt mit dem Update der Brücke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, meine Freunde von ROME TV. Ich stehe jetzt hier vor der Schallschutzmauer, die das Lärm regulieren soll vom Abriss. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob man es auf den Impressionen erkannt hat, aber ein ganzes Stück von der Brücke ist schon weg. Ich habe versucht, so nah wie möglich ranzukommen. Das ging wohl. Ich denke mal, in der letzten Einstellung hat man es auch gesehen. Schön windig. Herrlich. Endlich wieder frische Luft. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, dann haben sie da, wo ich die letzten Impression gemacht habe, ja auch weiter abgebrochen. Also, es geht ganz schön ab. Und deswegen, ciao mit Frau Robin. Es gibt bestimmt den nächsten noch mal ein Update.